Lichtermeer gibt Rätsel auf. Ein Flugzeugpassagier auf dem Weg von Vietnam nach Australien filmt diesen verblüffenden Anblick. Geometrische Figuren am Boden, hell erleuchtet mitten in der Nacht. Er veröffentlicht das Video auf TikTok. Über 14 Millionen Klicks. Doch was sind diese bunten Felder? Nicht alle Kommentare sind wirklich hilfreich. Doch unter diesen ganzen mehr oder weniger lustigen Kommentaren ist auch die vermeintliche Lösung. Bei den Lichtern könnte es sich um Drachenfruchtfarmen handeln. Mit der Beleuchtung der Pflanzen wird die Wachstumsperiode der Früchte verlängert. Der Anblick dieser Plantagen bei Nacht ist auf jeden Fall faszinierend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017